Frau Schmidt, viele Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Software-Landschaften modernisieren zu müssen. Woran erkennen die Unternehmen überhaupt, dass sie etwas tun müssen? Ja, das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Ein ganz zentraler ist, der ist gar nicht technisch. Viele Unternehmen klagen dann, dass sie zwischen IT und Business immer mehr Probleme haben in der Abstimmung, dass man aneinander vorbei redet, dass die IT was tut, was das Business sagt, warum dauert das so lange, warum ist das technisch nicht so oder funktional nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also einfach so eine Abstimmung, die immer mehr zu Problemen führt. Dann eben auch aus Business-Sicht eine zu langsame Umsetzung häufig, dass die Fachbereichskollegen einfach sagen, mir dauert das zu lang, wenn ich hier was brauche. Das dauert Monate, ich brauche das innerhalb von Tagen. Und dann gibt es natürlich auch die Abwanderung Richtung Schatten-IT, dass der Fachbereich sagt, es gibt eine Cloud-Lösung, die bietet mir das. Da wähle ich mich ein und gebe meine Kreditkartendetails ab und schon habe ich das. Also auch das kann ein Aspekt sein, woran man das erkennt. Ein wichtiger weiterer Aspekt sind Trends in einzelnen Branchen Richtung Standardpaketen oder auch Plattformen, gerade im Versicherungsumfeld, aber auch in anderen Branchen, in der Logistik gibt es immer wieder, sag ich mal, Trends, wo ich mir dann als Unternehmer eben überlegen muss, was entwickle ich noch in-house selbst und wo macht es auch Sinn, auf solche Standards, im Markt aufzuspringen. Und dann habe ich natürlich auch die Herausforderung, was bedeutet das für meine eigene Landschaft? Ich muss ja dann intern was zurückbauen, um solche externen Möglichkeiten zu nutzen. Und der vierte Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, an was man das erkennt, dass Modernisierung ansteht, ist eben, wenn man vermehrt Probleme hat, neue Mitarbeiter zu finden und eben auch ein bisschen genauer hinschaut und eben Feedback bekommt von den neuen Talenten, dass es vielleicht auch an den verwendeten Tools liegt, weil man vielleicht im Entwicklungsteam mit alten Werkzeugen arbeiten müsste oder im Fachbereich auch mit sehr, sag ich mal, archaischen DOS-ähnlichen Anwendungsoberflächen konfrontiert ist. Wenn die Unternehmen jetzt erkannt haben, dass sie in ihrer Software, ja, Entwicklung und Bereitstellung etwas verändern müssen, was sind die großen Herausforderungen dabei? Ja, also die Herausforderungen sind ja immer, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, hier habe ich einen Handlungszwang, ich muss was tun. Das Gras auf der anderen Seite des Flusses erscheint mir grüner, ist schon mal ein guter Impuls, ja, und viele erleben das auch so, jetzt, ich müsste was tun. Und dann ist aber immer die Frage, was muss ich jetzt eigentlich genau tun und was passt für mein Unternehmen? Und ich muss auch noch mal ganz genau wissen, von welcher Ausgangssituation starte ich. Ich vergleiche das immer gern mit einer Urlaubsreise, wenn ich weiß, ich möchte nach Mailand in Urlaub und weiß aber nicht, ob ich in Hamburg, München oder Berlin starte, wie will ich dort eine gute Planung hinbekommen? Das geht eigentlich nicht. Und wir erleben es so, dass es für viele Firmen, gerade mit so gewachsenen Landschaften, große Herausforderung ist, überhaupt erstmal den Ist-Zustand zu durchblicken, also zu durchdringen, weil eben viel Fachwissen schon abgewandert ist, die Komplexe sehr komplex, also sehr, die Prozesse sehr komplex geworden sind im Lauf der Jahre, mit vielen Sonderlocken, wo man natürlich auch dann die Frage stellen muss, brauchen wir all diese Sonderlocken, machen die uns wirklich erfolgreich oder haben wir es auf der einen oder anderen Ecke auch ein bisschen übertrieben und es braucht halt nicht den 125. Tarif, sondern vielleicht tun es 75 auch. Und um das eben festzustellen, ist es absolut notwendig und es schaut die Herausforderung, wirklich eine vernünftige Ist-Aufnahme zu machen, bevor man sich überhaupt überlegt, wohin die Reise geht und in welchen Schritten man vorgeht. Ein weiteres wichtiges Thema kommt auch so ein bisschen aus dieser Kennen-Ecke, die wir zuvor ja abgefragt hatten, nochmal dazu. Wir merken oft, wenn ich heute Software modernisiere, dann ist es nicht mehr nur ein technisches Thema. Vor ein paar Jahren ging es oft nur um Kosten sparen, auf andere Plattformen ein Paket zu migrieren und so weiter. Heute geht es ja auch darum, funktional nochmal die Welt auf ein besseres Level zu bringen und dazu brauche ich eben sowohl die Leute, die sich technisch gut auskennen mit dem, was wir heute nutzen und mit dem, was heute möglich wäre, aber ich brauche natürlich auch die Leute aus dem Fachbereich, die das Business kennen, die die Prozesse kennen. Und die Herausforderung dann oft bei einer Modernisierung ist eben, ich muss es jetzt schaffen, dass Leute mit einem starken IT-Background, mit Leuten mit einem starken Business- und Markt-Know-how so zusammenarbeiten, dass die nicht aneinander vorbeireden. Weil die Entwickler haben ihren Code im Kopf und Programmnamen und die Anwender haben natürlich ihre Prozesse und Abläufe, die in der Regel ja dann auch eine Mischung sind aus oftmals Arbeiten mit einem Software-Paket, dann gewisse manuelle Dinge, Interaktion mit Kollegen oder Kunden. Das heißt, die Prozesse sind ja meistens heute nicht voll unterstützt durch Software, sondern es ist so eine Mischung. Und die ganz große Herausforderung ist eben tatsächlich, dort die Leute in die Lage zu versetzen und sicherzustellen, dass die über das Gleiche reden und nicht jeder mit Bildern im Kopf, mit dem anderen was erzählt und man eigentlich gar nicht merkt, dass man aneinander vorbeiredet. Es geht so weit, dass wir auch oft erleben, dass eben in Firmen die gleichen Worte im Fachbereich was anderes bedeuten und beinhalten als in der IT. Und wenn ich sowas habe im Unternehmen, dann ist eigentlich klar, dass das nicht funktioniert. Die wollen aneinander vorbeireden und dementsprechend wird der eine unzufrieden mit dem anderen sein. Die dritte große Herausforderung ist dann tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen älteren Kollegen und Jüngeren. Wir sind ja jetzt gerade in unserer Zeit in einer Phase, wo es erstmalig massiven Verrentungen von Software-Experten gibt, weil es die Software-Branche noch gar nicht so lange gibt. Also die, die vor 40 Jahren mit Assembler angefangen haben, die sind jetzt dann wirklich bald alle in Rente. Und die Jungen kommen jetzt so neu dazu. Und es ist einfach eine große, es steckt viel Potenzial drin, wenn es gelingt, dass Jung und Alt zusammenarbeiten, weil die Elternkollegen wissen viel über Prozesse. Die wissen viel, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie heute sind, kennen sich natürlich mit neuen Technologien nicht so aus, aber den jungen Leuten, die haben natürlich dieses methodische Wissen, die haben Software-Architektur studiert und so weiter, aber denen fehlt ja oft völlig noch der Bezug zum realen Leben in den Unternehmen. Und so steckt eigentlich eine große Chance drin, wenn beide wertschätzend zusammenarbeiten, aber da die Generationen halt sehr weit auseinander liegen und auch die Leute einen ganz anderen Arbeitsstil gelernt haben, ist das oft ein großes Hindernis. Und als Führungskraft muss ich es eigentlich schaffen, in meinem Unternehmen eben auch auf dieser typendynamischen Ebene die Leute abzuholen, weil ich kann das nicht anordnen, dass die einfach gut zusammenarbeiten sollen. Da steckt eben der Menschels dann auch, wie man so schön sagt. Und da braucht eine Führungskraft einfach auch Kompetenzen, wie gehe ich mit Menschen um, die so aus ganz unterschiedlichen Sozialisationen kommen. Finanzierung ist auch eine Herausforderung für viele, weil man muss auch dazu sagen, Modernisierung ist jetzt nichts, was man einmal in zehn Jahren macht und dann sagt man, jetzt haben wir modernisiert, jetzt machen wir wieder weiter wie vorher. Letztendlich geht es ja auch darum, die Dinge nachhaltig so anzulegen, dass ich dauerhaft gar nicht mehr in so einen Modernisierungsrückstau komme. Und viele haben eben das Problem, dass sie jahrzehntelang nichts gemacht haben, gerade im Mittelstand. Kleinere Unternehmen sind natürlich oft sehr kostenfokussiert. Und wenn ich dann natürlich weiß, naja, das Paket, eigentlich müsste ich es modernisieren technisch, aber es läuft ja grob noch, dann kann ich das ein paar Mal machen. Aber irgendwann zahle ich natürlich Zinsen und Zinseszinsen, um das wieder aufzuräumen, wie beim Hausbau auch. Ich muss eigentlich eher dazu kommen und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für die Zukunft, dass ich als Firma diesen Gedanken der Modernisierung, das darf kein Ausnahmesonderprojekt sein, sondern es muss eigentlich Baseline sein. Dass auch alle Mitarbeiter immer überlegen, wo haben wir ständig wieder, das kommt dann auch so ein bisschen dieser agile Aspekt natürlich rein und auch das, was wir aus dem DevOps-Modell lernen können, dass ich eben wesentlich schneller und reflektierter arbeite. Und die Dinge immer wieder auch zwischendrin mal auf einen guten Stand bringen und nicht nur alle zehn Jahre, wenn ich sage, jetzt kann ich hier alles völlig verkrustet und verfahren, jetzt muss ich komplett Tabula rasa machen. Mhm. Der Kernpunkt ist ja der Umgang mit dem Software-Code. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht. Recyceln, modernisieren oder wegschmeißen und neu schreiben. Wie erkennen die Unternehmen, wie sie mit ihrem Code umgehen und was sie mit ihm eigentlich noch anfangen können? Ja. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema eben Durchblick im Ist-System herstellen, mit entsprechenden Software-Assessments oder auch Tools. Es gibt ja einige Tools. Wir haben welche bei uns auch im Portfolio, mit denen ich solche Alt-Systeme sowohl technisch als auch fachlich durchdringen kann, um dann erstmal auch festzustellen, in welcher Qualität ist der Code. Also kann das auch vermessen mit Codemetriken, sodass ich einfach sehe, wie steht der Code technisch da? Ist der wartbar? Kann ich den weiterentwickeln? Aber ich muss natürlich mir anschauen, wo steht die Anwendung fachlich? Ja. Das heißt, es sind verschiedene Dinge, die mir dort, sage ich mal, Indikatoren geben. Aber auch dort gilt dann natürlich der Spruch vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Wenn ich erstmal all diese Infos auf dem Tisch liegen habe, muss ich ja jetzt in der Lage sein, mit diesen Rohdaten vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist genau der Punkt, wo dann viele eben sagen, was mache ich jetzt? Modernisiere ich, recycle ich, schreibe ich alles neu? Da muss man wirklich sagen, da gibt es keinen goldenen, keinen Königsweg oder keinen Weg, der für alle gleich ist. Auch hier muss ich mir anschauen, wo steht mein Unternehmen? In welcher Branche bin ich aktiv? Was habe ich für strategische Unternehmensziele? Und wie leite ich daraus IT-Ziele ab? Weil ich sage mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einfach weiß als Unternehmen, ich habe die nächsten Jahre große Veränderungen in meinem Produktportfolio, dann wird es vielleicht eher notwendig sein, Software neu zu schreiben, als wenn ich sage, eigentlich ist unser Business immer noch so, die nächsten Jahre, wir werden das weiter optimieren oder geografisch ausbauen, aber dann habe ich andere Anforderungen an Software. Und so gilt es eben, die Branche, natürlich auch die Firmengröße und eben auch diese strategischen Unternehmensziele zu berücksichtigen und letzten Endes auch da natürlich Faktor Mensch, was habe ich denn für eine Mannschaft? Was kann ich der abverlangen? Wo muss ich die auch abholen, damit die diesen Weg dann auch konsequent umsetzen? Sie sprachen vorhin davon, dass Modernisierung im Grunde genommen ein fortlaufender Prozess sein sollte. Wie gelingt es Unternehmen im Aufbau ihrer neuen Softwarearchitekturen dafür zu sorgen, dass nicht das, was sie heute dann modernisieren, quasi die Legacy von morgen wird? Ja, genau. Also klar, da ist natürlich jetzt das, wo ich der Meinung bin, dass man sehr viel aus der DevOps-Welle in Anführungszeichen herausziehen kann, wo es einfach darum geht, wesentlich reflektierter zu arbeiten und in kleineren Iterationen Dinge auch wieder zu hinterfragen. Und das ist eigentlich so der Urgedanke, der auch in der fortlaufenden Modernisierung dann drin steckt, dass ich einfach natürlich über Tools, die ich nutze, wesentlich schneller sehe, wenn was aus dem Ruder läuft, dass ich wesentlich transparenter arbeite, ja, also dass ich eben auch den Softwareentwicklern ermögliche, leichter zu erkennen, welche Funktionalität hat ein anderer Kollege eigentlich schon implementiert, muss ich gar nicht mehr machen, kann ich als Service nutzen, muss ich das Rad nicht mehr neu erfinden, all diese Dinge. Also ich denke, diese Aspekte, die DevOps ja massiv fördert über die einzelnen Tools und Methoden, die drin stecken, Transparenz, kleine Schritte und der Mut, Fehler zu machen, das sind ganz zentrale Elemente, damit man dort einfach in ein besseres, anderes Fahrwasser kommt. Ja, wobei es da sicherlich auch immer wieder wichtig ist, sich klarzumachen, nicht alles, was die letzten 40 Jahre passiert ist, war ganz schlecht, weil sonst gäbe es diese ganzen Unternehmen nicht mehr, sondern auch ein bisschen differenzierten Blick drauf zu haben, was war auch gut, was hat uns erfolgreich gemacht und wie bekommen wir das vielleicht auch jetzt in die nächste Generation transparent. Was sind so für Sie die wichtigen Kernelemente einer agilen, einer DevOps-Organisation, sowohl aus einer technischen, wie auch aus einer organisatorischen Perspektive? Ja, also rein technisch würde ich natürlich sagen, ist es eben wichtig, dass man wegkommt von sehr monolithischen, großen Systemen, wo Businesslogik, Datenbank, und User-Interface, alles in einem Programm zerknubbelt ist und sich keiner mehr auskennt. Also da ist eben bei vielen Firmen ja im Moment auch die Programme so aufgestellt, dass man modularisiert, entkoppelt und einfach in kleineren Baukästensystemen denkt, das ist wichtig. Businesslogik auf dem stabilen Fundament, da erkennen ja immer wieder mehr Unternehmen, dass diese klassischen Mainframe-Systeme durchaus ihren Vorteil haben zum Thema Sicherheit, zum Thema Transaktionsvolumen, so dass ich dann eben im Frontend, wo sich sehr viel tut, wo ich immer wieder andere Dashboards und Anwendungen brauche, auf Basis derselben Daten und Businesslogik, dass ich dort flexibel bleibe. Also eher Stabilisierung im Backend und eben eine Modularisierung und Entkopplung der Komponenten, so dass ich im Frontend eben einfach sehr beweglich bin und mich an die Anwender anpasse. Also das wäre mal so technisch, sage ich mal, das Wichtige. Organisatorisch ist es eben sicher wichtig, dass man lernt, viel mehr als in der Vergangenheit von IT und Technik zu kommunizieren. Richtig, hört sich so leicht an in Anführungszeichen. Aber auch hier eben Werkzeuge zu nutzen oder auch Strukturen zu etablieren, wie man regelmäßig miteinander spricht und auch regelmäßig eine Ausschau stattfindet. Ich kenne einige Unternehmen, die mittlerweile wieder stark dazu übergehen, dass zum Beispiel Entwickler auch einmal im Jahr eine Woche wirklich im Business mitlaufen und umgekehrt. So dieses Job-Rotating ist für mich so organisatorisch eine sehr wichtige und spannende Möglichkeit, genau dieses Wissen und diese bessere Kommunikation und besseres Verständnis füreinander herzustellen. Weil um das geht es letztendlich bei DevOps, dass wir einfach merken, die Dinge werden immer stärker integriert zwischen Technik und Business. Jeder ist vom anderen abhängig. Und dann brauche ich gemeinsame Ziele, aber ich brauche auch eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis von dem, wie gearbeitet wird. Spannende Einsichten. Vielen Dank. Danke Ihnen.